Das muss ich nicht ja machen. Ah, auf die Hange. Okay. Hier war schon jemand vor mir. Hopp. Da war sogar ein Körner. Aber der war nur Level 34, das lohnt sich also nicht. Ähm, kritische Sabotage war nicht... Ähm... Oh, ich bin gerade schützt. Töne. Kritischer Vorschuss war nicht die Klasse fest. Du... Nein. Du bist ein B-Schützer. Das ist falsch. Imperiale Schützen. Peilgeräte? Wo sind denn die Sch... Ernsthaft? Achso, nee. Ich dachte schon. Ah, die sind alle da drin. Okay. Wie komme ich jetzt? Nee, oder? Äh. Ganzen will ich wieder zurück. Na, macht ja nichts. Ich habe ja viel Zeit. Ich habe ja viel Zeit. Haben wir Samstagabend. Fast. Noch. Noch ist Samstag. Noch habe ich Zeit. Sonntag wird es eng. Oha. Wollt ihr mich umbringen? Dass ich da reinlatsche? Das ist voll imperiales Gebiet, ja? Aber wie ihr meint. Bereit. Bereit. Stillhalten. Wenn ihr meinen besten Kommandosoldaten umgehen wollt. Uh. Soll mir recht sein. Ich meine, ich komme da eh rein und raus. Ich habe Heldenmoment. Ey, du gehst da nicht rüber. Mischst da. So. Äh. Mit Heldenmoment schaffe ich eigentlich alles. Eigentlich. Weil, wie man sieht, meine Leiste hier unten ist voll. Ich habe Heldenmoment für alles. Uh. Disco Pogo. Dingalingaling. Leck. Wahoo. Äh. Voll geil da oben. Hier war ich noch nie. Genau, jetzt stirbt die Latenz. Weißt du was? Äh. Schaut euch mal an, wie die Latenz hochgeht. Und ich werde erstmal was trinken. Hihi. Wow. Wenn man gerade die Flasche ansetzt. Nein. Dann nicht. Oh, hier ist einer gestorben, glaube ich. Oder hat den einfach gepullt und ist weggerannt. So wie ich jetzt. Nur ich habe andere gepullt. Und renne weg. Was muss ich eigentlich machen? Also Peilgeräte anbringen an irgendwas. Ich nehme an, an ein Schiff. Ich habe keinen Plan. Was muss ich machen? Rede mit mir. An was soll ich Peilgeräte anbringen? Sag mir das einer. Oh, Truide. Großer Truide. Pingen. Pingen sagt gut. Los geht's. Durchhalten. Ja, ja, lass mal Raketen regnen. Regnen. Passt schon. Und ziehe bei Morra dann heute noch an einem Stück durch. Das habe ich auch noch nachgeladen. Wow. Ah, an Waren. Baba. Der Kerl steht da noch an seinem Geschütz? Kann ja nicht sein. Das geht ja nicht. Das kann man ja nicht. Also, kann ich nicht verantworten. Sorry. Du bist ausgewichen? Okay. Lerati hat ihn gekillt. Gut, gut. Haltgerät 1. Ach, das sind auch noch Idioten. Richtig auch so dran. Das wäre schön, die so als Schatten hingehen. Das dann... ...dem Kerl ein Gedankenlapirin verpassen. ...und die Sache hat sich gegessen. Weicht dem aus. Arsch. So, du frisst das. So, ich brauche weitere Kisten. Ah, so. Da sind noch mehr Kisten. Ach, so. Also, die bewachen alle Kisten. Was? Ernsthaft? Das ist die Pulle? Ist das euer Ernst? Star Wars bitter. Ist das doch nicht euer Ernst? Kann doch nicht euer Ernst sein. Ist hier nicht sichtbar. Ist hier nicht sichtbar. Ist hier nicht sichtbar. Aber ihr Lerati seht's, oder was? Wow. Von der Stelle sieht man's. Nein, Idiot. Na, kommst du näher? Danke. Ich muss da eh rein. Also, von daher macht's keinen Unterschied. Wow. Ich hab eine komplette Ladung verballert. Kompletten Mörserhage für einen. Egal, das was wir haben. Das war ein Mörserhagel. Der ihn erwischt hat. Allein des Mörserhagels Willen war's das wert. Um des Mörserhagels Willen. Egal. Jeder weiß, was ich meine. So. Mörserhagel macht bis immer was wert. Wenn's nur für einen ist. So, drei. So, drei. Ich brauch noch drei. Hm. Wo haben wir denn noch was? Wo haben wir denn noch was? Ja, ja. Da, da ist was. Und da ist noch ein Sperrfeuer-Truide. Ah, der kümmert mich jetzt nicht. Der ist mir scheißegal. Hi, Leute. Alles klar. Ich packe hier nochmal Peilsender rein. Warte nicht. Stirb. Ich packe hier nur SED-Dinger rein. Also, so. Don't mind me. I'm just making everything good. Just working for a Republican. Ah, kann ich hier was? Nein, kann ich nicht. Auch nicht. Hier nicht. Hier oben vielleicht. Sieht mir stark nach einem Elito aus. Ja, ist auch einer. Ah, da ist noch eine Kiste. Sehr schön. Und da ist auch was. Eine Werkbank für Verfolgungswahn. Da kann ich was? Ich kann an einer Werkbank? Okay. Star Wars, du bist crazy. Aber genau das liebe ich an Star Wars. Crazy! Ich kann mich heilen. Und tschüss. Was? Ach so, er hat Coltopack. Das erklärt alles. Das bringt ihm aber auch nichts mehr. Das ist ein Coltopack. Ich habe echt einen Paltender dran. Natürlich. Ne, ich kann schon schweißen. Was? Tatsache. An der Werkbank ein Palt. Als ob die Werkbank wegkommt. Auch der hat sich gelohnt. Denn es war ein Nosaren. Praktisch ein Tod von oben. Oh, auf Republik. Ein republikanischer Tod von oben. Die Quest scheint irgendwie kaum einer zu kennen. Das ist cool. So, die Quest, check. Das heißt, hier raus, irgendwie, und dann da rein. Da. Und dann kann ich alles machen. Nebenbei den Komplettposten. Ist das dein Ernst? Du hast mich abgemountet? Das geht jetzt aufs Maul. Wer mich abmountet, wird es sterben. Das habe ich schon mehrmals gesagt. Und dazu stehe ich. Das war knapp. So, EP-Schub muss ich gleich anzünden. Äh, einwerfen. Und, oder zünden. So. Äh, oder anschmeißen. Oder, egal. EP-Schub einfach. Und buffen müsste ich noch mal. Der geht auch nur noch 20 Minuten. Das ist mir zu wenig. Hier durch. Hi, Leute. Tschüss, Leute. Wow, ohne zu pullen. Cool. So, das an. EP-Schub an. Ich bin einsatzbereit. Und weiter geht's. Und dann kann ich auch gleich die Quests abgeben. Hi. Könnte ich noch ein Level-Up schaffen? Event. Nee. Das schaffe ich nicht. Hier schaffe ich kein Level-Up mehr. Leider. Aber 38. Ich bin zwei Level drüber. Klassenquest ist die letzte. Ist für 36. Oh, für 35. Ja, okay. Oder so. 35, 36 irgendwie. Ist die letzte Klassenquest. Ähm. Einfach weil, ne? Einfach mit zwei Level drüber, mindestens. Hm. Hier war schon jemand. Sehr schön. Ich mach die Waffenfabrik nämlich nicht. Ähm. Wo fangen wir denn an? Das wird helfen. Oh, hier sind Leute. Das Imperium eine bessere Verteidigung. Vorsichtig? Ich bin Soldat. Ich bin nicht vorsichtig. Ich renne rein, balle alles um. Was dann noch lebt, hat Glück gehabt. Was nicht mehr lebt. Oh, da war ein Schütz bei. Was dann nicht lebt, ist einfach tot. Oh. Das Imperium vor Balmora? Von Balmora. Invasion von Balmora. Oh. Ich sollte lesen lernen. Waffenwache. Waffenwache. Fabrikoffizier. Hm. Vielleicht ein Bonus. Ernsthaft? Verdammt, du lebst doch nicht mehr. Du hast nicht mehr zu leben. Und dir auch nicht. Ähm. Da muss ich was anbringen. Da muss ich klassenquest-technisch rein. Waffenwache. Schütze. Hi. Tschüss. War nett. Verschwinde von meiner L-Error. Farsch. Trottel. So, weg ist er. So, was haben wir hier? Eine Hydro-Subsystem-Steuerung. Schwupp. Aus. Dann gehen wir mal hier rein. Klassikfest machen. Uah. Zwischenzykens. Ey. Nochmal. Schlagt ihn nochmal. Der verlogene Dieb soll bezahlen. Schach. Okay. Das war lustig, Jungs. Aber sieht aus, als würde ich abgeholt. War nett, euch kennenzulernen. Waffen fallen lassen. Ergebt euch. Sofort. Übergebt mir einfach den Gefangenen. Dann wird niemand verletzt. Das habt ihr gesagt. Schnauze. Wir verhandeln nicht mit Gesindel. Das Imperium fürchtet sie vor niemandem. Stimmt's? Ja, Sir. Ihr habt die Chance, es friedlich zu beenden. Ihr werdet nicht verhandelt. Worauf wartet ihr? Tötet ihn. Oh, mit seinem Mini Blasterchen. Okay, dann kümmere ich mich zuerst um die Jungs. Wo ist der Kerl jetzt eigentlich? Der Dicke. Kleine Dickechen. Wahrscheinlich weggerannt oder so. Voll laut. Feigehund. Feige. Lusche. Lusche. Hi, Tano. Alles fit bei dir? Ich hoffe. Klappe. Schlagen. Nein. Willkommen im Chaos-Trupp-League. Ich hätte niemals gedacht, das einmal zu hören. Also, was macht der Chaos-Trupp mit wertlosen imperialen Bürokraten? Darf ich ihn tönen? Das wäre schön. Lasst uns jetzt nichts überstürzen. Ich bin ein Ehrenmann. Ungeachtet dessen, was ihr vielleicht gehört. Sicher? Höchst ehrenhaft. Ihr habt eure Leute bestohlen und sie versehentlich dem Imperium ausgeliefert. Gewiss, ich habe ein paar Fehler gemacht. Aber lasst es mich wieder gut machen. Eine großzügige Spende, sagen wir, um mich im Namen meiner Balmoranischen Freunde für den Heldenmut der Republik erkenntlich zu zeigen. Ich will eure Credits nicht, Oros. Geht jetzt. Oh, ja, ja, natürlich. Ganz wie ihr wünscht.